ach du scheiße acht zeitreste portal da kann ich jetzt in verschieden ich muss noch kurz was schauen ja 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 genau das wollte ich schon das führt mich jetzt ganz tief nach dahin genau hierher und jetzt habe ich hier verschiedene zwei kleine räume und das ist zwar größte abzeigungen und hier gibt es noch eine tür und zeitreiseportal und splitter scherben nicht splitter ist ja wurscht was das gleiche was ist macht das glück dort nur zum spaß hatten da hast du rechts ist eine tür da rechts oben ist auch noch eine tür und ein ventil ist ja auch ich zog mir erst mal es ist eine große abzweigung erst eine große abzweigung scheiße dann gehe ich noch mal kurz zurück wenn das eine große abzweigung ist holen zumindest den das so jetzt jetzt gehe ich da lang ich kann immer noch zurückkehren hier ist ja ein großes zeitpreiseportal ist aber wahrscheinlich werde ich sowieso da kommt komisch da ist das ding jetzt nicht verschwunden ok ja vielleicht wieder runter kann ich mich dazu fallen lassen tatsache was ist das ich frage mich was das bedeutet aber ich habe keine ahnung weil ich nicht weiß was das heißt immer wieder zurück so dann muss man wieder auf ja 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 ich habe mich geklickt ja ja ich weiß ich mich bloß geklickt ich weiß wie das funktioniert so so hier werde ich nicht lang ich möchte ich weiß nicht ob ich das schaffe doch schaffe ich schlüssel habe ich ja noch das ist mein letzter halt hier rein hoch ist hinten noch was kurz abchecken hier müsste das jetzt nicht rumzuckeln oder doch verdammt ist alles kurz das ding aus den augen gelassen plong ähm ein qr-code verarscht mich grad hm frage mich was das bedeutet ein moment ein moment wo ist mein handy äh moment ich muss kurz qr-code scannen verdammt habe ich die app noch drauf qr-code ich sag mal was barcode scannen also scan barcode ein moment da bin ich jetzt gespannt was da rauskommt ich buche mir sogar wirklich was aus was rt rt lt rt 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 lt lt rt lt rt lt 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 RL beklop he z rechts 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 links 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 Rats Hh Hahahaha wie cool ist das denn gemacht hat pf anti würfel wie cool war denn das gerade ich feiere das spiel unglaublich ich feiere es hart so dass ich wieder runter warum ist dann warum ist dann fake ding hier ist es nicht mehr hier war ich ja gerade sagt also geld genommen kann ich wieder zurück also das war richtig cool kalt r-code um rauszufinden wie man das ding öffnet so ich muss ja anscheinend ja noch mal irgendwo ging es geben hat jetzt lassen wir mal das was haben halt so rechts das gesehen nein ist nicht wenn das auch nicht da ist die tür kurz karte checken hier gibt es ein splitter und es geht dem ding weiter und habe ach scheiß jetzt gehe ich weiter statt das ding zu nehmen egal wohl auf dem rückweg was es so ein gibt sind es ranken zum glättern der zache dieses sein ventil hoch fühlt sich das schnell nach wenig ist das eine was intelligent gemacht ich kann mich nicht selber trinken damit das habe ich schon gefragt was passiert wenn ich so weit drehe aber da hat jemand mitgedacht so unglaublich sprich ich kann jetzt schnell drehen und mir kann eigentlich gar nichts passieren ach so das war's schon moment weil ich will das ding jetzt noch haben ach da unten habe ich jetzt vergessen auch noch wo ist das jetzt natürlich eins drunter also noch mal scheiße was mache ich denn hier ich habe dachte ich stehe links an der kante und springen so so schlüssel habe ich gott so einst aber richtig jetzt hochdrehen doch noch einmal genau so hier muss jetzt irgendwann das sein jetzt nicht schön da ist es ist die tür da ich hasse dass ich auf einem hintergrund bin ich möchte ich rechtzeitig so ich gehe mal kurz die tür durch die tür durch so wieso na was mache ich denn hier okay deswegen sagt dass ich das meine truhe truhe oh der war knapp halt jetzt die rückseite für eine truhe so jetzt da bring it on schlüssel eigentlich habe ich hier nicht irgendwie schon verschlossen der truhe ist äh truhe vor allem die tür nicht erst gesehen so dann gehen wir zurück dann hab 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 ach schon mal ich muss ja weiter hoch nicht wieder runter ich dachte noch das suchen nach dem dingern werden wir jetzt noch richtig würde aber es ist richtig cool so ich muss da hoch nein ich muss aber vorhin noch darüber ach damit komm gib her äh scheiße idee das ist auf halber höhe dann stellen wir das mal nur eins höher häp häp ah ja sehr schön na jetzt hat es wieder gezuppelt ich sehe es immer wenn das interface weg ist vom dickstree dann zuppelt es häp 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 ha ha hohohohohohohohohoh das war knapp so jetzt kann ich noch mal zu gehen geht noch dazu So, und öffre la parte. Hm, das geht auch schon wieder los. Hepp. Nach oben bitte. Halt. Nein! Ah, scheisse. Oh, das klappt. So, jetzt selber. Und ein ganzer Würfel. 19,23. Hm, noch neun. Noch neun Würfel. Reisen wir wieder zurück. Einen Vorteil haben die schwarzen Löcher, die sagen einem schon mal zumindest wo man nicht mehr lang muss. So. Da muss ich aber nicht mehr lang. Und da habe ich das vergessen. Da ist noch eine Tür. Da muss ich noch durch. Wo war das jetzt nochmal? War das das hier? Ach, scheisse. Ne. Ach, das war ja gerade mit dem Nebenraum mit dem QR-Code. �st so gut... So gut. Gut... Boah. Wie geht's? already nonsense. Also, das war die hier? Wir schauen mal nochmal überall rein. Kurze, Jack. das wird die mit dem geheimnis dass ich nicht lüften konnte gehen erst noch mal zurück du müsstest hier irgendwo noch mal eine tür sein wenn ich das wasser nicht was das wasser nicht ab du musst ja bestimmt auch noch eine tür sein hier kann ich das sind ablassen da noch weiter wollte man jetzt aber noch nicht für aber ganz rechts unten ist auch meine tür sprich muss noch weiter ablassen zappel jetzt zappelt es nicht komisch also ich hoffe das bestimmt so 24 würfel ok ok mehr geht nicht ah warte mal da 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 Geh, geh, geh.